Hallo, mein Name ist Ulrich Schwarz von TdK Lampe. Herzlichen Dank für die Auszeichnung zum Manager des Jahres 2020 im Bereich Stromversorgung. Trotz der aktuellen Umstände freue ich mich sehr darüber. Es ist schon eine besondere Anerkennung und Bestätigung, wenn man so ein Award in den Händen hält. Daher ein großes Dankeschön an alle, die für mich gestimmt haben. Liebe Kollegen und Geschäftsfreunde, ohne eure Unterstützung wäre diese Auszeichnung und auch die Umsetzung meiner Versprechen und Ziele nicht möglich. Und natürlich auch vielen Dank an die Verantwortlichen der Zeitschrift Markt und Technik sowie den beiden Sponsoren WDI und Rotronik24, die so ein Event es möglich machen. Schon alleine die Nominierung zur Wahl war ein Grund zur Freude. Man stellt sich die Frage, ob es am Ende zum Sieg wohl reicht und fiebert dem Ergebnis entgegen. Sollte es klappen, steht eine feierliche Übergabe während eines schönen Abends bevor. Doch dann kommt Corona und alles ändert sich. Geschäftsreisen fallen aus, Events werden abgesagt, Budgets werden gekürzt und man richtet sich daheim im Homeoffice ein. Nur online hält man noch Kontakt zur Außenwelt. Das ist eine neue Erfahrung und wir alle wünschen uns wohl die alte Normalität zurück. Vielleicht bleiben aber auch positive Änderungen erhalten. Wie zum Beispiel der verstärkte Einsatz digitaler Kommunikationsmittel. Denn selten gibt es Schlechtes, von dem nicht auch was Gutes bleibt. In diesem Sinne, macht alles das Beste draus.